hallo zusammen entschuldigt für die schlechte kamera qualität ich nehme das mit meinem ipad auf jeden fall ich werde jetzt mein altes handy das sieht man jetzt nicht das liegt auf der heizung hinten das glas reparieren und gleich geht es weiter okay doch kleines update ich will jetzt doch ein neues handy ab damit ich vernünftig das video aufnehmen kann wir sehen uns also ganz kurzes story time ich habe gerade das handy auseinander genommen also hinten immer alles versucht abzupupeln und das konnte ich irgendwie leider nicht aufnehmen weil ich dann doch mein handy gesetzt habe und so auf jeden fall gleich sieht hier ein cut wie es aussieht nachdem ich das glas sozusagen aus gepuppelt habe hier ist auf jeden fall noch mal ein bild wie das handy vorher aussah bevor ich das glas auseinander genommen habe okay also so ist der aktuelle stand vom handy angeht es nicht mehr weil ich bin genau hier mit dem ding rein gerammt und dann hat es kurz gedampft und ja seitdem klappt das handy nicht mehr warum ich trotzdem weitergemacht habe weil ich hoffe man kann einfach die batterie ersetzen dann muss man das vorne irgendwie raussetzen aber das werde ich auf keinen fall machen ja jetzt habe ich ja außen alles abgepuppelt wir sind noch ein paar klebereste tragen aber ich hoffe dass es halb so wild obwohl ich versuche dann noch ein bisschen was auszupupeln ja also kurz update ich war gerade beim apple store die haben das angesteckt und das geht einfach das ist ganz komisch auf jeden fall aber jetzt ist die seitentaste kaputt also was ich beim auseinandernehmen alles kaputt gemacht habe ich meine die seitentaste also ich kann nicht mehr an und ausmachen dann noch die vorderkamera die ist jetzt verschwommen wenn ich fotos oder videos aufnehme hinten der 3d sensor unter der kamera also der lidar scanner ist kaputt magsafe klappt nicht mehr und induktives laden klappt nicht mehr das heißt macht es selbst nicht zu hause nach unter keinen umständen das war jetzt ein viel größerer schaden als wenn ich das glas irgendwo anders hätte reparieren ja ich werde das dann gebrauch verkaufen oder halt als dings aber naja hier ist jetzt das display die rückseite jetzt geht's ab nach hause